Moins Leute und herzlich willkommen zum weiteren Daily Vlog, Vlog in Anführungszeichen. Ich fahre jetzt in die Stadt nach Frankfurt und da werde ich euch aber nicht mitnehmen, weil die Kamera, wie gesagt, sie ist sehr groß und sehr fett und sehr schwer. Und ich kann jetzt schon sagen, ich werde dort wahrscheinlich ein Gorillapod kaufen. Ich gebe mir Mühe und vielleicht kaufe ich auch noch einen Top, aber das steht noch nicht ganz fest, weil ich eigentlich keins brauche mehr und deshalb, ja. Also wie gesagt, ich würde dann sagen, wir sehen uns einfach, wenn ich wieder aus Frankfurt zurück bin und dann zeige ich, was ich hier gattern konnte oder falls ich nicht sehr gattern konnte, erzähle ich einfach nur, was wir gemacht haben und ja, bis dann. So, ich bin wieder da aus Frankfurt. Wir haben mittlerweile halb neun. Also was Gorillapod angeht, bin ich nicht fündig geworden, aber ich habe jetzt eine neue Speicherkarte. Wieder 32 GB, aber für 10 Euro nur bei Saturn. Richtig günstig. Ich bin gespannt, ob die dann auch nicht dauernd anzeigt mit dem Movieaufnahme wurde gestoppt. Ich hoffe es. Und ich habe mir noch einen Top gekauft, ein weißes. Ich kann das jetzt mal kurz zeigen, wie das aussieht. Also das Top habe ich schon mal, aber das ist jetzt eine andere Farbe. Das ist jetzt in weiß einmal hier. So sieht das aus. So, 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 so. So, 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 so. Hier steht Black Squad hinten. Da vorne auch Black Squad LA. Und das habe ich halt schon mal in grau. Und jetzt habe ich mir das nochmal in weiß gekauft, weil ich finde das top mega schön. Und ja, das war's. Ich werde wahrscheinlich demnächst mit meiner Mutter nochmal nach Frankfurt fahren, in den Mediamarkt. Weil die hatten in Mediamarkt, was Gorillapods angeht, viel mehr Auswahl. Und da gab es jetzt einen für 80 Euro. Und so viel Geld wollte ich jetzt nicht für einen Gorillapod ausgeben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim Video. Haut rein. Ciao. Ciao.